Hallo Leute zu einer weiteren Folge mit Neo in Himmelbärz! Hi! Fleiiiis! So... Wer die letzten beiden Folgen mit Neo verpasst hat, sollte auf jeden Fall reinschauen. Es ist so scheiße, dass es lustig ist. Hi Neo! Na wie geht's dir? Den Eimer gebe ich dir jetzt aber nicht. Möchtest du mir den Eimer nicht zum Geburtstag schenken? Was willst du denn eigentlich machen hier? Wofür brauchst du das Wasser? Da wo die Leiter ist. Weil da unter ist noch Holz und das würde ich gerne abbauen mit einer Holzspitzhacke, weil ich keinen Stein mehr habe. So, ich bin dann weg. Damit alle Eimer in Sicherheit ist. Ist besser! Ist besser! Es gibt nur einen Eimer. Es gibt nur einen Eimer, ja. Das ist schon kritisch die Situation. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch mal jedem Tier ein bisschen Birkenholz weiter weg klommen. So. Ja geil, jetzt bin ich immer noch blöd. Das ist halt... Ja mal, da bin ich ja immer noch blöd. Das ist ja jetzt ärgerlich. Hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht so. So. Weiter geht's. Ich hab Birkenholz hier abfarmen. Arme Birkenholz, das immer nur abgefarmen wird. Yeah! Oh, das hat die größte Nähe gerade. Zu mir. Die größte Nähe zum Yoshi. Die größte... Die größte... Die größte Nähe zu Yoshi. Oh Gott. Der war schlecht. Das braucht ihr jetzt nicht in die Kommentare schreiben, was der Scheiße war. Schreibt lieber was schönes in die Kommentare wie... Neo hat einen schönen Namen oder... Ja. Nein! Mann! Das gibt's nicht. Bist du gestorben? Das ist ja berglig. Jetzt hab ich nicht mal mehr meine Holzspitzhacke. Brauchst du? Ich hab kein... Holz hab ich noch, aber ich hab halt keinen Stein mehr. Du kriegst ne Spitzhacke. Ich werbe sie dir vor's Haus. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist gefährlich. Ich bring dir nicht noch eine. Weißt du, ich mach jetzt... Ich mach jetzt eine Sache bevor ich weiter... Ich farme mal wieder einen Stack. Das muss dann für eine Folge reichen. Warte jetzt mal hier... Yoshi sorgt dafür, dass ich voll produktiv werde in dem Spiel. Egal, ne? Finde ich auch super. Oder zumindest, dass ich Folgen mache. Produktiv ist halt eine andere Sache, ne? Ja, ne? Immerhin hab ich schon mal Rankenbrücke. So... Erde. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man... Irgendwann vielleicht Ranken... Haben wir da noch Ranken dran? Ne, oder? Wir haben Ranken. Wir haben halt... Ja. Kein... Wir haben grad keine Ho! Wir haben keine Ho! Oh! Oh, ich hätt ruhig direkt schon mal setzen können, ja? Also... Ich kann mir halt vorstellen, dass ich an meinem Turm noch so ein bisschen Ranken arbeite. Zum stylischen Design. Die Frage ist halt, wie man Ranken begrenzt, ne? Weil... Wenn du sie nicht begrenzt mit Fäden oder sowas, dann... Wirds halt ziemlich sick, weil die dann einfach runterhängen und dann einfach komplett... Bäh! Das sieht halt immer ein bisschen blöd aus. Ist doch schön! Ja, wenn einfach da drunter nur so zwei so... So Prängel nach unten aus Ranken haxen. Aha! Er hat Prängel gesagt! Ist ja toll! So, nächste hier, weg damit... Wo soll's eigentlich hier hinter hingehen? Ist da irgendwas geplant, oder? Was wohin? Wo, wo, wo? Hinter dem, äh, Dings... Farmer wollte sein kleines Häuschen, äh... Achso, hinterm Kabel. Da hab ich angefangen! Ich wollte einfach in die Richtung irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was, aber das war mir egal! Ich wollte einfach ein Stück hier weiter bauen, weil... Das Winter wurde Lend! Wir könnten... Ich baue... Ich glaube, ich mache jetzt sogar das, was du gesagt hast. Ich werde dort eine Treppe... Eine... hohe Treppe bauen. So der Weg in den Himmel? Ja, das wäre eine Idee. Da den Weg... Und dann gibt's... Kann man da hinten halt Kabel fahren. Äh, nicht... Oder das Schnee fahren. Da kommt da halt so ein großes Tor oben. Wie hoch muss man für Schnee? Okay, ich kann nicht sehen, welche... äh... Welchen Block ich angucke. Doch da! Looking at! Wir sind auf 61er Höhe! Ich glaube, man muss über 120! Ich glaube nicht, dass mal... nicht mal, dass meine Türme ansatzweise ausreichen würden. Ich glaube, ich werde so einen... so einen Spiralturm machen. Ähm... Aber die ganze Zeit... Aber es ist auch hässlich, ne? Ja... Also ich finde so eine Treppe, die in den Himmel geht, ist halt schon... hat schon was. Ist schon Stylo-Milo. Stylo-Milo. Okay, dann werde ich jetzt eine Stylo-Milo, äh... Treppe... Ah, die muss schön aussehen. Oh, der, der... Das ist halt schwierig, eine schön aussehende Treppe dorthin zu klatschen. Aus meiner... Also, dass ich sie gebaut habe. Ja? Ne, ich bin nicht so der Bauer. Ich bin eher der... Ich bin eher der PvP-Noob. Du bist nicht so der Bauer? Ja, ich bin kein Bauer. Oh, ich bin kein Bauer. Äh... Ähm... Ich hab grad einen Stone-Slap voll vor die Kiste gesetzt. Ähm... Du bist staunt? Ja, ja, das auch. Alter, ne, mal die Fresse. Ach, was mach ich denn hier? Zack. Meine Videos nehmen heute echt an Qualität zu. Ja, bitte nicht. Hör auf zu reden. Mann, das ist gemein. Nein, das war ehrlich. Du bist gemein, du böse Mensch. Ich bin ein ganz gemeiner böse Mensch. Ja, ja. Die Pest. Ja, ja, genau. So. Scheiße. Okay, erstmal durch die schöne Wolke. Falls ihr nicht gesehen habt, wie diese Wolke entstanden ist. Schaut bei Neo vorbei. Die hat Neo nicht gebaut. Schaut trotzdem vorbei. Oh, Mann. So. Ab hier. So. Jetzt wird's hier. Solange die Begrüße nicht wieder aus Hallo besteht. Hallo. Hi. Hey, ich bin dir. Du bist mein Kanal. Hi. So. Hier wird's jetzt so machen. Das. Diese Dings hier. So. Das wird jetzt, glaub ich. Scheiße. Mir fällt grade auf. Ich hab ne ungerade Anzahl an... Äh. Scheiße. Ach. Du hast eine ungerade Anzahl an... Äh. Ja. Ich glaub ich muss noch mal eine... Eine... Eine Ebene oben drauf setzen an Türmen. Wie ist dein Idee? Da komm ich dem Himmel näher. Du weißt gar nicht... Das wird jetzt ne Aufgabe für mich. Für die nächsten 20 Folgen. um diese Scheißtreppe hier zu bauen. Hä? Was hab ich denn eben gedacht? Das passt doch. Was? Was laberst du denn schon hier? Hä? Ich check grad einfach gar nichts. Hä? 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 Neo? Hallo? Wenn ich jetzt runter falle, kann ich nicht mehr so einfach sterben. Hä? 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 Kann ich nicht mehr so einfach sterben? Nein, nein. Nein, nein... Hä? Hä? Das geht nicht mehr so einfach. Nein, schon wieder verbaut! Okay, ich muss auf jeden Fall auch nochmal Schwarzeichen Jump'n'Runs machen. Die werde ich auch brauchen. Warum denn? Brauchen wir nicht. Weil ich die Treppe mithilfe von Schwarzeiche schöner machen will. Ich will halt nicht in die Treppe hinklatschen, also ich will halt keine Treppe hinklatschen, wo nachher einfach das Ding richtig kacke aussieht. Sie wird kacke aussehen, sie wird richtig kacke aussehen, weil ich hab sie gebaut, aber... Aber nicht so schlimm, wie wenn ich sie gebaut hätte, ne? Ja, das mag sein. Nein, ähm, ich bin halt wie gesagt kein guter Bauer. Denkst du, ich? Guck dir aber meine Scheiße hier an. Die zwei größten Bau-Bobs, die bauen gerade hier Bullshit. Oh, das ist schön, Leo, mit dir zu arbeiten. Die zwei größten Bau-Noobs in einem Bauprojekt. Warum hab ich da eigentlich ein Bauprojekt draus gemacht? Hätte ich nicht so sagen können. Das ist ein PvP-Projekt, wo... Ja, wie Varro, nur halt... Nur, nur halt ohne, dass man mich hauen darf. Ich guck nur zu, das wär superschön. Ja, wir sind nur die Richter und entscheiden, ob das alles erlaubt ist oder verboten. Ist es erlaubt verboten zu sein? Wui, 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 wui. Ich glaub, das wird die häss... der hässlichere Brücke. Äh. Was? Wartest du jetzt schon... Liest du jetzt schon meine Kommentare vor, die in Zukunft geschrieben werden? Ich glaub, das wird eine hässliche Brücke. Das wird eine hässliche Treppe. Das sind meine Kommentare. Ich glaub, das ist eine hässliche Treppe. Jaja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weiß ich aber selber. Aber ich kann's nicht besser. Alter Mann, ich dachte halt nicht, dass ich halt so 20 Folgen für zwei, drei Brücken brauche. Ich dachte, das geht so... Ja, mach ich schnell. Fettig. Easy. Take it easy. So. Aber nein. Ich fang hier schon wieder an, scheiße zu sein. Ne, lass uns gemeinsam wie immer scheiße sein. So. Ich hab so viele Stone-Half-Slaps, dass ich jetzt mit Half-Slaps arbeite, statt mit kompletten Blöcken. Warum denn das? Weil ich eine Zeit meine Wände aus Stone... Ich hab irgendwas mit Half-Slaps gebaut und hab's dann abgerissen. Irgendwas an meinem Haus. Cool. Und seitdem hab ich einfach meine komplette Kiste mit Stone-Half... Also Cobblestone auch noch natürlich. Ja, ich finde, das ist die schönste Brücke, die ich jemals in einem Minecraft-Projekt gebaut hab. Oh nein, ich hab mich verbaut! Aha. Ich stell halt schon fest, dass die nicht schön sind. Du bist noch an der unteren, ne? Ist okay. Ich stell schon fest, dass ich grad schon wieder falsch gedacht hab. So. Ne, wir sollten das sein lassen mit dem Denken, was Bauen betrifft. Wir haben's einfach nicht drauf. Ey, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich... Ich brauch was an die... Ich muss dir jetzt echt denken so. Weil... Ich hab jetzt halt... Ebene... Erdgeschoss. Dann Ebene 2. Und dann wären zwei Leerebenen. Das will ich ja nicht. Also muss ich doch einen höher bauen. Und diese flache Brücke sieht scheiße aus. Also werde ich wahrscheinlich eine andere bauen. Weil die hat doch so ein bisschen Style, ne? So, diese Treppe geht himmelwärts. Also ich mein... Bist du gerade in Richtung... Das ist Birkenholz! Scheiße! Ich hab' Birkenholztreppen gemacht! Weg! 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 Ich will so'n Crap nicht! Weg damit! Lava! Tu deinen Job! Oh! Schöner! Eichenholz! Eichenholztreppen sehen definitiv besser aus. Zumal ich nicht weiß, wer welches Texturenpaket verwendet, weißt du? Und dann... Ah! Mann jetzt... Ich bin grad echt zu blöd zum Denken, wenn ich das mal so sagen darf. Ich krieg's halt nicht mal hin, einfach ne Brücke oder drei Brücken zu bauen, die zwischendrin halt genau gleich viele Stockwerke Abstand haben. Wenn man das nicht hinkriegt, ist man hier glaub ich im falschen Projekt, oder? Ne, ne, es ist lustig mit dir! Ne, und dann bleib hier! Ja, ja. Ja, ja. So. Das wird noch was! Das wird noch was! Du musst nicht mehr üben! Das ist quasi jetzt so die Erziehungsmaßnahme. Ja, genau. Wär das noch... Also ich mein, hier hätte man natürlich auch mega die krasse Aussicht. Eigentlich müsste ich eine Aussichtsplattform auf einen Turm oben rauf bauen. Oh, ich hab ne Idee wie ich das Dachproblem umgehe. Oh mein Gott, ich bin Intelli-Klug. Ich baue einfach so zwei Aussichtsplattformen oben drauf. Mein Gott, ich bin Intelli-Klug! Ey, das ist echt voll die geile Aussicht. Du siehst halt einfach alles. Das ist nice. Äh, Fackeln. Ich hatte Fackeln, ja. So. So, jetzt wird hier einfach alle drei. Eins, zwei, drei. Ich hab das Problem gelöst. Ich hab das Problem gelöst. Mein Gott, ich bin gar nicht so dumm, wie immer alle sagen. Ich bin noch dümmer. Ich bin noch viel, viel dümmer. Wenn sie nur wüssten, diese Vollidioten. Okay. Ähm. Jetzt hier noch ein bisschen Treppen drauf bauen. Zack, zack, zack. Ich mein, das ist ja schon eine Anstrengung gewesen, zwei gleich symmetrische Türme zu bauen, die auch wirklich symmetrisch sind. Ich mein, ich heiße immerhin Neo. Das darf man auch nicht vergessen. Ist nicht einfach. Ja, nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Weg damit. Ist schon ein bisschen anspruchsvoll, meine Verhältnisse. Mein ganzes Inventar ist vor, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ach, Quatsch. Ich sterbe bestimmt nicht. Ich bin schon seit sechs Minuten nicht gestorben. Ja. Oh Gott. Ich bin, ich bin gut drauf, ich bin gut drauf. Alter, easy, easy, easy. Guck dir das an, wie er hier springt. Ich hab jedes Mal das Gefühl, dass ich runterfalle, wenn ich auf, äh, Zäunen sneake. You believest schon wieder, dass du fliegen kannst. Das finde ich nicht lustig. Das finde ich schon wieder sehr dramatisch traurig. Weil du es nicht kannst. Du kannst es einfach nicht. Sieh es doch ein. Du hast keine Zukunft. Ja, ja. Ein Drache ist auch nur ein Dino mit Flügeln. Mir wachsen bestimmt noch welche. Bitte. So, mach erstmal die obere Brücke. Die mittlere Brücke. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, was ich da falsch gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es dir schief gelaufen. Dann hopps. Okay. So, und jetzt hier noch ein bisschen von meinem Zeug verbauen. Verbauen? Ja, ja. Verbrauchst du doch gar nicht? Ja. Oh Gott. Äh. 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 Das ist schlimmer als Tennis. Äh. 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 Oh mein Gott. Wie lange ist die Folge eigentlich schon? Ja. 15 Minuten, 16 Minuten. Ja. Ich finde jetzt eben noch hier eben kurz die paar Zaunelemente. Und dann denke ich, haben wir für heute wirklich genug geleistet hier. Ja. Selbst ich habe. Komm mal kurz zu der Himmelwärts Treppe. Boah, ich bin gerade so produktiv. Ob du es glaubst oder nicht. Warte, ernsthaft? Ich werde gleich noch... Nein. Du glaubst es mir doch eh nicht. Viel Recht du hast. Ah. Schon wieder kein Bock mehr. Aber nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Das wären ziemlich viele Rohstoffe. Komm einfach zu mir. Das tue ich in wenigen Sekunden. Zack, zack, zack. Nämlich... Ich muss Steine farmen. Ich muss einen Steine farmen. Ja. Machen wir mal einen Stream. Ja, genau. Ich mache bloß immer nur Folgt daraus. Achso. Ich mache... Ich brauche das Projekt nur als... Na. Verbaut. Natürlich. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache das jetzt als reines Streamprojekt. Und zwei Tage später... Yoshi will aufnehmen. Hm. Ja. Dann fällt mit auf, ne? Jetzt kommen wir her. Ich bin auch der Meinung nachher sofort. Sieht nicht schön aus. Wird dann die nächsten zwei Wochen so stehen bleiben, bis ich mal wieder aufnehme. Ja, ne? So. So ein Zipfel da oben. Hihihi. Das sieht lustig aus. Komm mal her. Ich will dann eine Meinung nachhören, bevor die Folge zu Ende ist. Komm, komm her. Komm zu mir. Komm Kusche. Das fuchst mich jetzt... Das fuchst mich jetzt so doll, dass ich das jetzt glaube ich demnächst wirklich weiterbaue. Jetzt bitte epische Musik einfügen, Schnitt, was ich eh wieder vergessen werde. Dankeschön. Und dann kommt der weite Weg. Die Brücke hinauf. In den Himmel. Da rennt so ein Vollidiot an dir vorbei. Es geht in den Himmel. Ups. Aus für sie ein E gedrückt. Leider geht es hier nicht mehr weiter ohne zu springen. Der Weg wird beschwerlicher. Er wird immer beschwerlicher. Tja. Jetzt sind es sogar Blöcke ohne dass man sie sieht. Jaja. Und man... Er fehlt. Er fehlt. Nein. Was ein Anzeige-Bug. Oh, schrecklich. Böse, böse Welt. Fehler. Äh. Ich glaube die Bauche nimmt sie jetzt einfach durch. Das sieht cool aus. Also ich bin überrascht von dieser. Hat schon was. Ist schon fast wie ich es mir vorgestellt habe. Nur dass sie halt noch... Ja. Es fehlen einfach nur noch 90 Blöcke. Nein, nicht ganz aber. Ich werde sie jetzt so weit bauen, dass wir Schnee drauf kriegen. Ich spiele gerade in diesem... Kennst du diesen Modus, wo du dich so komplett langsam bewegst? Und das so hinter dir herziehst? Boah. Boah. Ekelig. Ekelig. Das ist schön. Jaja. Bestimmt. Das sieht... Das sieht so smooth... Smooth. Raus für... Smooths. Smooths. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt bin ich wieder raus. So. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelauft. Oh, Manu. Der Manu! 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 So. Ich würde dann sagen... Nein, klein. Wie nervös. Oh. Ich würde dann sagen... Das war es dann für die Folge. Und... Ich muss noch die Brücke hoch. So weit wie es geht. So weit wie es geht. Nach oben. Achso. Die sind ja fast schon größer als meine Türme. Das enttäuscht mich. Yoshi. Ich dachte, meine Türme sind das größte auf dem Server. Ja. Nicht mehr lange. Noch ein paar Schwarzeiche. Dann habe ich es. So. Gut. Dann würde ich sagen... Das war's. Dann... Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Cheerio. Peace.